Stellt euch mal ein Haus vor mit 18 wunderschönen Zimmern. Ein Zimmer ist schöner als das andere. Und ihr wohnt, das ist vielleicht so ein Schloss, könnte man sagen, ihr wohnt unten in einem wunderschönen Zimmer, wohnt ihr, aber viele Zimmer habt ihr noch gar nicht besucht. 18 Zimmer ist ganz schön viel, man muss die auch pflegen. Und wenn jetzt der mystische Heilgeist, das ist die Stromversorgung in diesem Haus, wenn der Strom angeschaltet ist, zack, 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 ist jedes Zimmer erleuchtet. Das ist der mystische Heilgeist. Mit diesem könnt ihr dann jedes Zimmer betreten. Die Zimmer stehen für die 18 Aspekte. Die Merkaba ist das Energiesystem der Seele, könnte man einfach sagen. Das sind so sternenförmige Tetraeder, so Dreiecke, pyramidenförmige. Ich habe jetzt nur eine Hand frei, die sich so gegeneinander drehen. Und darin sind die Aspekte verteilt. Und die Aspekte kann man sich vorstellen wie Energiekugeln. Und diese Energiekugeln schwingen um uns herum. Die sind vorhanden und in jeder Energiekugel, da sagt man Aspekt dazu, sind Fähigkeiten Dinge, mit denen wir uns weiterentwickeln können. Aber wenn wir kein Mittel haben, dort reinzugehen oder nichts aktiviert ist, dann nützen die uns nicht. Dann sind diese Zimmer unbenutzt. Ja, es ist das Licht dunkel. Und wenn jetzt das Licht angeknipst wird durch den mystischen Heilgeist, kannst du schon mal rein in das Zimmer. Und dann gilt es, das Zimmer zu entdecken, was ist denn da alles drin. Das ist noch zugedeckt. Die Möbel sind noch mit Tüchern verhüllt und so. Aber es ist schon mal Licht. Und du guckst dann, je mehr Licht wird, dann ziehst du vielleicht eine Decke weg und erkennst, oh, das kann ich da machen, diese Fähigkeit habe ich da. Also das ist so eine ganz große Aktivierung, die ihr bekommt mit dem mystischen Heilgeist. Das ist die Chance, wirklich Zugang zu den ganzen Fähigkeiten zu haben, die man hat. Es passiert nicht sofort, weil diese Energie möchte genährt werden. Aber das ist ein sehr, sehr großer Schritt, das zu tun und zu entdecken, was ist alles in mir, was kann ich damit machen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Hast du eine Frage an mich? Okay. Ja. Hat das jetzt jeder verstanden? Hat jemand da? Ja, dann gibt es keine Frage. Super. Nur, wie man die Energie nährt. Wie eben befassen wird. Nähren, diese Energie nähren ist immer gut, zum Beispiel, wenn man einen Lehrgang macht. Die Quinterschule hilft sehr, das Feuer immer wieder zu nähren, sozusagen. Es sind auch einige, auf YouTube-Videos sind auch ganz gut, bloß sind die niemals so intensiv, weil die nicht persönlich sind. Die sind ja für die Allgemeinheit, die YouTube-Videos. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kinderschule macht, dann hat man, oder auch den mystischen Heiler, der ist ja ganz intensiv. Und dann gibt man diese ein, ihr bekommt auch viele Einweihungen, ne, und dann gibt man dem immer wieder Stoff, dass das Feuer weiter brennt. Die Elektrizität muss ja auch erzeugt werden und dass sie dann immer wieder durch die ganzen Räume durchgeht. Also, es ist einfach die Chance, dass ihr das für euch dann weiterentwickelt. Und dafür ist es heute und morgen dann. Morgen kommt ein anderes Thema, aber wir profitieren sowieso dann. Aber deswegen ist der Tag heute sehr, sehr, sehr wichtig.